Der Zoo, der vor genau 100 Jahren eröffnet wurde. Die Sportfreunde kommen bei einem Boxkampf in der Dietrich-Ecker-Bühne auf ihre Kosten. Der Ausflugsautobus ist durch den BVG-Dampfer ersetzt worden. Freibad Wannsee hat von der alten Anziehungskraft nichts eingebüßt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fort und Entspannung im Reichssportfeld, das an die großen Tage der Olympischen Kämpfe erinnert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017